Willkommen bei deinem ersten Trainingslager Rekrut. Hier lernst du die grundlegenden Fertigkeiten für den Kampf gegen Blackwood. Bewegung ist deine wichtigste Fähigkeit, denn ein statisches Ziel ist ein totes Ziel. Denke im Kampf daran. Steige aus dem Hubschrauber aus. Sprint! Mach dich vorübergehend drastisch schneller. Sprinte zum Checkpoint. Auf den Schlachtfeldern wimmelt es vor Hindernissen. Über einige kannst du springen. Über einige Mauern kannst du klettern. Klettere über die Mauer, um weiterzukommen. Duckend bewegst du dich langsamer, findest aber unter niedrigen Hindernissen Platz. Beim Ducken werden deine Bewegungen außerdem leid. Ducke dich unter dem Hindernis durch. Über Hindernisse wie Geländer kannst du nicht springen, aber dich über sie schwingen. Schwing dich übers Balkongeländer. Jeder Soldat hat eine Waffe. Mit ihr greifst du zumeist an. Versuche die Ziele zu treffen. Achte immer auf deine Munition. Lade jetzt deine Waffe. Zielen erhöht deine Präzision, damit deine Schüsse besser treffen. Wenn du nicht zielst, ist es kein Wunder, wenn du dein Ziel verfehlst. Versuche beim Zielen zu treffen. Versuche beim Zielen zu treffen. Die meisten Waffen lassen sich mit Zubehör anpassen. Zubehör ändert die Funktionsweise deiner Waffe und damit deine Möglichkeiten im Kampf. Versieh dein Gewehr mit einem Zielfernrohr. Zielfernrohre erhöhen die Präzision auf größere Distanz. Triff das Ziel durch Anvisieren mit dem Zielfernrohr. Soldaten haben Granaten, die mehrere Feinde auf einmal treffen können. Wirf eine Granate, um mehrere Ziele zu treffen. Granate! Granate! Benieb dich zum Checkpoint-Anzeiger. Der Schütze kann als einzige Klasse im Kampf Munition aufstocken. Seine und auch die von Teamkameraden. Stocke die Munition deines Teamkameraden auf. Stocke deine Munition auf. Mit der Hilfe deiner Teamkameraden kannst du auch hohe Mauern erklimmen. Forme eine Räuberleiter. Mit Räuberleitern kannst du auch Teamkameraden helfen. Hilf deinem Teamkameraden über die Mauer. Es gibt vier Kampfklassen. Jetzt kannst du auf Schütze und Scharfschütze zugreifen. Mit mehr Erfahrung dann auch auf Ingenieur und Sanitäter. Jede Klasse hat ihre eigene Ausrüstung und Fertigkeiten. Wechsle zur Klasse Scharfschütze. Auf Distanz ist der Scharfschützengewehr die tödlichste Waffe. Sein erweiterter Zielfernrohr-zoom sorgt für hohen Schaden und hohe Präzision. Triff mit deinem Scharfschützengewehr alle Ziele. Triff mit deinem Scharfschützengewehr alle Ziele. Triff mit deinem Scharfschützengewehr. Die von gefallenen Feinden auf dem Schlachtfeld hinterlassenen Waffen kann jede Klasse aufheben. Hebe eine Waffe auf. In einigen Missionen kannst du einen Raketenwerfer einsetzen. Nur er setzt Fahrzeuge außer Gefecht. Triff das Ziel mit dem Raketenwerfer. Gute Arbeit Soldat. Ich glaube du bist bereit für den echten Einsatz. Gore zu den nächsten Tag. Tag. ерт Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Haltet euch für neue Befehle bereit Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Satellitenaufklärung zeigt eine starke Blackwood-Präsenz in diesem Gebiet. Eure Mission ist es, möglichst viele feindliche Truppen auszuschalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er hat ihn erwischt. Scharfschütze neutralisiert. Scharfschütze getroffen! Scharfschütze getroffen! Scharfschütze getroffen! Scharfschütze ist getroffen! Scharfschütze getroffen! Scharfschütze getroffen! Scharfschütze getroffen! Scharfschütze getroffen! Scharfschütze getroffen! Ich hab das nicht! Frau, wer hilft mir hier! Feuer! Feuer! Gewegel! Schütze getroffen! Na los! Schütze neutralisiert! Scharfschütze getroffen! Passen Sie auf! Scharfschütze getroffen! Scharfschütze getroffen! Munition, Gesundheit und Panzerung regeneriert! Kameraden wiederbelebt! Scharfschütze getroffen! Die Abschütze getroffen! Ich hab das nicht! Ich hab das nicht! Ich hab das nicht! Ich hab das nicht! Scharfschütze getroffen! Scharfschütze ist neutralisiert! Ah! 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 Was machst du heute? Zeig dir ein wenig Ruhe und Erholung! Meine Munition ist ane! Geh mir! Blackwood benutzt seine Friedensmission auf dem Balkan, um chemische, biologische und taktische Atomwaffenlager ausfindig zu machen, zu sichern und um Kapital aus ihnen zu schlagen. Ihre Aktivitäten bedrohen den Weltfrieden. Dem muss ein Ende bereitet werden. Wir müssen alle Blackwood-Truppen in der Region auslöschen. Die Satellitenaufklärung zeigt eine starke Blackwood-Präsenz in diesem Gebiet. Eure Mission ist es, möglichst viele feindliche Truppen auszuschalten. Los! 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 Der Schützen hat es erwischt. 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 Aber das war es erwischt. Der Schützen hat 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 es erwischt. Ja! Begebt euch zum Hubschrauber. Gute Arbeit, Team. Bittet ihr fertig. Bittet ihr fertig. Bittet ihr fertig. Bittet ihr fertig. Bittet ihr fertig.